So, willkommen zu einer neuen Folge Max Out Monday, also eine neue Folge Pokémon Go auf meinem Kanal RamsesderDicke. Es ist Montag in alter Hong-Tradition, was ich nur von Hong kenne. Das ist natürlich, kennt ihr Max Out Monday überhaupt als Pokémon Go Tradition? Ich kannte das nur durch Hong, der macht ja leider nichts mehr. Deswegen möchte ich am Montag diese Tradition ja jetzt immer fortsetzen. Habe wieder einen Titel-Pokémon mir selber ausgesucht, was passend zum momentanen Event da ist. Und dann gibt es natürlich wieder fünf Vorschläge aus der Community, die ich unter dem letzten Max Out Monday-Video zusammensuche, die ihr gemacht habt. Ich möchte jetzt also erstmal hier drauf und habe hier einen, pass auf, Reißlaus. Wir haben hier einen Tektas. Wir haben einen, das ist nämlich interessant. Ich möchte bei den Pokémon natürlich immer alles vollständig haben. Also wenn ich mal eins entwickle, ich möchte männlich, ich möchte weiblich, ich möchte Lucky, ich möchte alles. Ich habe ein männliches Lucky entwickelt. Das heißt, ich muss jetzt noch ein weibliches entwickeln. Das ist das Höchste, was ich noch auf der Hand habe. Und das ist auch ein Hunderter. Und das ist auch ein weibliches, was wir jetzt einfach maxen können. Wir werden es direkt maxen und danach erst entwickeln. 296 XL gehen da bei Flöden, 137. Das sieht jetzt nicht so spektakulär aus mit 567. Ich bin aber gespannt, bei was der rauskommt, da der ja trotzdem 400 Bonbons zum Entwickeln braucht. Wir werden den jetzt hier nehmen. Wir werden ihn entwickeln. Wir sehen es schon, dass der auf 3575 kommt. Und das ist auf jeden Fall sehr brutal. Reislaus zu Tektas, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wie findet ihr das neue Pokémon? Habt ihr schon eins entwickelt? Habt ihr schon einen Lucky? Habt ihr männlich? Habt ihr weiblich? Ich kenne das nicht. Ich habe das jetzt auch wieder nur durch das Event kennengelernt. Ihr wisst, ich kenne immer nur die erste Generation Tektas hier mit Metallklaue, Aero-Ass. Wir müssen da aber noch unsere Tags dran machen. Und zwar Level 50 und 100 Prozent, dass das jetzt hier fertig ist. Wir können jetzt hier auch nochmal kurz die Bewertung zeigen. 3575. Das ist mein Titel-Pokémon gewesen, passend zum Event. Das war mein Ziel in diesem Event. Gleichzeitig natürlich auch die Pikachus wieder kriegen. Ich habe ja geguckt, wenn ich es schaffe, 5 Pikachus, 5 Shiny Pikachu mit Mütze zu bekommen, werde ich wieder ein Gewinnspiel machen und 5 Mal Pikachu mit Mütze dann verlosen. Momentan habe ich, glaube ich, 1. Ich habe 1, also wenn ich noch welche finde, dann gibt es dazu auch wieder ein Gewinnspiel. Jetzt typisch, was wir immer machen, wir geben immer ein 4 Sterne, das sind die Spielregeln. 4 Sternchen und, äh, wo ist denn das und-Zeichen hier? Und. Ich gehe jetzt in die Vorschläge. Wenn ich ein 100er von den Pokémon habe, was ihr vorschlagt. Und wenn ich genügend XL habe, um es auf 50 zu pushen, dann werden wir das jetzt durchführen. Das ist das letzte Video gewesen. Letztes Mal gab es, äh, Mona Goras und Amagaga auf Level 50 plus Zuschauerwünsche. Jetzt fragt hier einer, yo, wie kann ich am Gewinnspiel teilnehmen dort? Also, pfff. Ach, die Leute, die Leute, die Leute. Wir gehen jetzt hier runter. Wir schauen mal, was wir da alles haben. Luca Haschler. Hi, kannst du bitte mal ein Pandagro oder Kyogre auf 50 ziehen, wenn du noch keins hast? Pandagro, Kyogre? Pandagro habe ich jetzt mittlerweile ein 100er. Ich habe auch genügend XL. Ich kann es aber gerade nicht entwickeln, dann müsst ihr ja erst Unlicht-Pokémon fangen. Damit möchte ich bis zum C-Day warten. Und am C-Day habe ich dann die Unlicht auch voll. Für die Aufgabe, für die Entwicklungsaufgabe, dass ich das entwickeln kann. Kyogre würde gehen. Dafür habe ich ja extra Kyogre-Rades gemacht. Aber Luca, tut mir leid, ich muss dich enttäuschen. Das kann ich nicht heute machen. Kyogre Level 50, 100% wäre für mich ein Pokémon. Das muss im Titel stehen. Das muss das Titel Pokémon werden. Grüße an Luca Haschler. Den muss ich, wenn ich es mir merke, muss ich es auch nochmal erwähnen beim nächsten Mal. Wenn wir das Kyogre pushen. Vielleicht schaffe ich das nächste Woche. Je nachdem, was alles so ansteht. Ich brauche eine Folge für Kyogre, eine Folge für Groudon, eine Folge nochmal für Mewtwo. Alles 100%, alles Level 50. Nils, Piondragi oder Pikachu? Hm. Der hat Piondragi, wie ihr seht, haben wir Piondragi gepusht. Level 50, 100%, sogar als Krypto. Und Pikachu, wisst ihr ja, guckt mal nach Raichu. Raichu ist 100%, Level 50. Immer zuerst die Entwicklungen, wenn wir keine Vorschläge haben, dann den Rest. Lyrixfin, Libeldra. Guckt mal nach, Libeldra. So, Libeldra ist auch auf 50 mit 100%. Ich habe letztens erst ein Video hochgeladen mit allen meinen Level 50er Pokémon. Also alle Vorschläge, die jetzt hier kommen, kommen nach dem Level 50er Pokémon Video. Und alles, was jetzt doppelt ist, sagt mir, die haben das Video gar nicht geguckt. Sonst hätten die die Vorschläge nicht gemacht. iSkorpions, würde gern ein Maxout für Akani sehen. Akani, guckt mal nach. Akani 2, 8 ist nicht gemaxed. Das passt also, ist der erste für heute, kommt auf 3.425. Also der erste von euch, das zweite insgesamt, kriegt natürlich auch wieder hier ein Level 50-Tag dran, als der auch fertig ist. 3.400 ist auf jeden Fall auch eine Wucht. Lemango, cooles Video. Insta-Bowle-FDR, bitte ein Austoss, falls es geht. Austoss? Müsste, glaube ich. Ist nicht. Geht auch nicht. Was ist denn da los? Also Austoss wäre richtig cool. Gen 1, muss vollständig sein. Warum setze ich mir sowas nicht als Ziel? Ich brauche eine Mushas Rampenlichtstunde. Austoss fehlt noch, wir können auch nur 81 Bonbons umwandeln. Also das ist was. Da fehlen leider die Bonbons. Leon-Dai, warum ich mich nur angesprochen fühle. Metzer, Logok, Maxen, bitte so ein geniales Pokémon. Wir haben mal eine Folge gemacht mit allen Feuerstartern. Da müsste Logok auch drin gewesen sein. Ist hier dabei auf 3.219 nur. The Real Spider-Man. Mein Vorschlag für nächste Woche ist Staraptor, wenn es machbar ist. Staraptor. Staraptor ist auch auf 50. Kommt auf 3.194. Jänner. Ich habe mir zwar das Video angesehen, aber habe mir noch nicht alles gemerkt. Hier also meine Vorschläge. Vipitis, Sonnfell oder Lunastein. Vipitis. 8XL wird nix. Sonnfell. Joa, 134 wird nix. Lunastein. Lunastein geht. Power up. Wir haben 700 XL. Das ist also das dritte für heute. Das zweite von euch. Drei stehen noch aus. Wir machen wieder einen Tag dran für Level 50. Hier auch Lunastein gemaxen auf 2.631. Da freut sich der Mond, dreht sich auch mal um. So, dann Pokémon Go King. Könntest du ein Armaldo oder Bediza maxen? Armaldo dürfte ich noch nicht haben. Geht aber. Machen wir also hier Armaldo. Auf 3.220 gemaxed. Tag dran. Fertig. Bitteschön. Ein Armaldo gemaxed für den Pokémon Go King. Zwei Stück fehlen noch. Zekrom. Bitte Level 50, sagte Jamie mit seinem Mountainbike. Zekrom ist natürlich schon Level 50. Ist auch ein 100%. Haben wir also auch am Start. Luke Mon Go. Ramses, ich wollte fragen, ob du ein Irokex oder ein Givaldro maxen kannst. Danke. Irokex, Irokex. Wir haben ein Irokex hier. Es ist auf 1.5. Manche nehmen das ja für die Go Battle League. Das kommt auf 1.5. Ach komm, wir maxen das einfach hier auf 2.581. Damit ist es für jede Liga unbrauchbar. Ist aber wenigstens jetzt auf Level 50. War auch ein 100er. Ein 100er würde mir noch fehlen. Ein Zurokex brauche ich also noch als 100. Ein Irokex habe ich als 100. Aber Zurokex brauche ich noch für die Familie. Gewaldro. Guck mal gar nicht nach. Wenn ein Vorschlag von euch jetzt nicht drankam, weil ihr mehrere hattet und wir einen genommen haben und den anderen gar nicht nachgeguckt habt, könnt ihr den natürlich gerne nochmal vorschlagen. Einer fehlt noch. Ein Skaraborn vielleicht. Sebastian Alt. Da muss ich dich enttäuschen. Da werde ich keine Bonbons haben, weil ist ja kontinental. Ich habe da nur ein Bonbon. Hier XL übrig. Baloo. Boldaros. Gera, Dax, Lau, Kaps, Schnud, Helm, Sonnenfell, Lunarstein, Bluebeller. Boldaros. Was? Boldaros. Ja, den nehmen manche auch natürlich für die GBL. Wir dürfen das nicht. Wir maxen den jetzt einfach auf 1741. Wir machen uns alles kaputt. Ich habe auch schon ein Meditalis gebackst, was eigentlich gut in PvP immer von mir eingesetzt wurde. War dann weg. Habe ich nicht mehr genommen. Egal. Muss ich halt immer Meisterliga spielen. Kann ich keine kleinen Ligen mehr spielen. Also Boldaros hat auch geklappt. Und das müssten jetzt auch schon alle sechs gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Trotzdem danke an Baloo. Den Rest kannst du gerne nochmal vorschlagen. Sondengänger, ich stinke. Kannst du vielleicht ein Schundomexen? Haben wir schon gemacht in den letzten Folgen. Hier Jonas. Na gut, ich lese einfach mal nur die Namen vor von den Leuten hier. Fabio, Sondengänger, ich stinke. Nami, Zoe, Jonas, Zockt. Pogetipps und Tricks, Benjamin Engel, Ellen Gramann, Lennart, Kai Pötzsch, der Profi, SL, Altaria, Lyrix, FN, Hypernoob, Borki, Borki, der Boss, Basti, mach Reißle aus. Vor 16 Stunden geschrieben ist sogar das Titel Pokémon. So, also Grüße an alle, die was geschrieben haben. Besondere Grüße an die sechs Ersten, bei denen es gepasst hat. Mit dem Kommentar. Das war die Max Out Monday Folge von dieser Woche. Die oberen, wo die Vorschläge jetzt nicht beachtet wurden, schreibt sie halt nochmal drunter. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie drunter. Wir sehen uns nächste Woche Montag dann bei Max Out Monday. Ähm, ja, Boldarus. Ist kaputt jetzt. Kann nichts mehr machen. Armes Boldarus. Das war es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.